Liebe Fahrgäste, wir sanieren ab 4. Juli die Gleisanlagen auf dem Nordabschnitt Breiter Weg, damit wir dort auch zukunftssicher unterwegs sind. Das bringt einige Veränderungen mit sich, weil die Straßenbahnlinien hier nicht mehr durchkommen. Die Linien 1, 2, 6 und 10 enden jeweils an den Haltestellen Citycaray Hauptbahnhof und Listemannstraße. Unsere Shuttlebusse SEV 41 verbinden beide Haltestellen, sodass sie trotzdem mit ihrer Linie von Süd nach Nord kommen. Oder sie fahren einfach Straßenbahn ohne Aus- und Umsteigen mit der Linie 9. Okay, das dauert etwas länger, aber sie kommen bequem mit der Linie 9 von einer Seite der Stadt zur anderen, über die Nord- und Strombrücke und zurück auch über die Brücken. Ist doch gut, oder? Den gleichen Weg fährt übrigens auch die Linie 8. Noch Fragen? www.mvbnet.de slash Nordabschnitt